Es müsste hier, da müsste eine Metallspitzsacke haben. Ich habe noch keine. Nicht reinversen gehen. Hä? Nee, ich sehe da keines drin. Äh, doch. Also drück mal, geh mal hier in die... Ach, auf der Werkbank, oder wie? Ja. Ach so, ja, okay. Ach ja, Dori, Spitzsacke packen wir nicht in den Kühlschrank rein. Nein, ich habe in den Schmelzofen geguckt, deswegen. Hast du... Dori? Ja? Nur, dass du weißt. Wenn du auf ein Tier schaust, auf ein getamptes Tier, und du drückst T, dann folgt dir nur dieses Tier. Wenn du auf U drückst, dann hören alle Tiere auf, dir zu folgen. Und wie ist es? Was ist nochmal, dass alle Tiere folgen? Bei J, bei J folgen dir alle Tiere im Umkreis. Also bitte J nicht drücken, weil wenn wir die irgendwie gut abgestellt haben, dann ist es dann blöd. Ähm, wenn ich jetzt hier Metallspitzsacke habe, kann ich die Steine wegpacken, ne? Ja. Ja. Okay, gut. Ähm, ja. Äh, für Hatchet haben wir halt noch nicht genug Metall. Ey, dieser Bronto, ne? Ja, wirklich, alter, ich sag euch das, ne? Der geht mir so auf die Nerven hier. Welches Level hat der? Der hat Level 16, glaub ich. Ja. Ich sag mal ganz kurz, wie viel Pilevel wir für den bräuchten. Um den zu töten, oder wie? Ja. Ich würd's nicht machen. Ich würd's lassen. Ähm, Dori? Ja. Moment, Moment, Moment. Das, äh, wir brauchten auch schon für den Weg alleine viel, weil hier in der Nähe ist nicht wirklich, äh, viel Metall. Wir müssen, glaub ich, einmal um die Insel hier rum. Also wir brauchten alleine 41 Sekunden, äh, 41 Pile innerhalb von zwei, 205 Sekunden, damit wir ihn down, also dass er, dass er liegt. Das ist eine große hier vorm Haus. Äh, wie komm ich, äh, ja. Drück das Boot E. Und jetzt nochmal E. Okay. Das ist amüsant. Können wir ihn, ey. Ja, da vorne ist er. Hast du überhaupt Angler-Stuff? Also kannst du überhaupt... Nein. Ja. Die Blutegel holen wir uns aber jetzt nicht, du. Nein, danke. Das Blutegel, gibt's das Blutegel auch schon? Ja. Ja, im Sumpfgebiet. Okay. Also müssen wir auch was. Sind das so Blutegel, die wir kennen, oder sind das so wieder abartigroße Blutegel? Es sind größer als normal, aber die siehst du nicht so krass. Ähm, die Sache ist einfach die, äh, wenn du drei Stück davon an dir kleben hast, äh, dann kommen die da ziemlich viel schnell, äh, dein Leben weg. Und es gibt auch Sumpffieber. Das kommt auch noch anzug, genau, die Krankheit. So, was machen wir jetzt hier? Ähm, erst mal hier, warte. Au! Auf ihn einprasseln, bitte. Mit was denn? Äh, äh, äh. Der Center kommt so auf uns. Lass mich bitte abbauen, stopp. Lass mich bitte abbauen. Okay. Ich hab, äh, die... Wieder da liegen? Oh Gott. Der Center kommt in unsere Richtung. Stimmt, ja. Echt? Vielleicht lässt du irgendwas... Nee, das ist nicht der Center. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Hier, wo ich hingucke. Nee. Wo kommt der? Ach, da oben. Das ist das komische Zeichen, den in dem grünen Strahl, oder wie? Das ist ja, das ist der Raptor-Klaus. Kein komisches Zeichen, du bist so richtig böse zu dem. Oh, vielleicht droppt er uns was. Komm her. Vielleicht ein Assault Rifle. Wo ist er hin? Der ist hin? Da oben, äh. Ach da, hinterm Stein. Ach so. Der gehen wir mal gucken, ha? Ja, nee, der will beim Stein vorbei. Aber jetzt, deswegen hat er die Richtung geändert. Schade. Aber ich hätte gesagt, wir verfolgen den. Ja, ich... Oh, der hat einen Schlitten. Wie cool. Nee, der ist viel zu weit weg. Ja, hier kommen wir so schnell nicht. Äh, lass weiter Metall suchen, Leute. Das ist viel wichtiger. Warte mal, ich mach mir den Paranach. Wo denn? Äh, das wird nichts. Der wird jetzt runterspringen. Ich hab grad gemerkt, ja. Ja, der springt einfach mit runter. Ja, natürlich. Da läuft ein Dodo. Oh nein, der tötet den Dodo. Warte. Lass mich abbauen. Jetzt ist er wieder weg, oder wie? Okay. Ach, Lapid ist auch schon Level 20. Krass. Lass uns weiter. Das hast du ja echt schnell geschafft. Nehmen wir noch ein bisschen Holz mit, oder? Können wir auch machen, ja. Eigentlich alles, was man gebrauchen könnte auf das Boot. Ich mach da noch auf dem Weg noch ein paar, ähm... Boah, komm. Na, Kessel. Ich hab hier... Oh, scheiße. Die Kompis... Ja, wir müssen die Kompis jetzt bitten. Boah, da ist einer, der will 100. Äh, wo ist er denn? Hey, Dori, du hast den Kill bekommen. Was hab ich? Du hast den Kill bekommen. Echt? Mit dem Kompi Level 100. Ich hab den... Ich hab den getroffen, ja. Überraschend. Ja, ich hab irgendwie mal daneben gestochen. Oh, ich hab ein D da in der Tasche. Wow. Ich bin begeistert. Und... Ja. Ja. Warte, kann ich den noch nicht nehmen? Doch, ja. Warte? Ja. Oh, we... Nein, ich kann nicht... Was sind das eigentlich für Viecher? Lapppick, weißt du das? Ich bin... Ja, ich fahr gerade neu in die Richtung Ja, hier ist ein, ähm Oh, wie hieß die Nummer? Pädagone ist nicht getötetet Oh mein Kerl Oh Gott Aschidig Ich baue ihn doch nur ab Ach, der geht ins Wasser So, wir verfarmen jetzt noch ein bisschen Holz und dann verduften wir, denke ich Ja, ich weiß, du duftest schon ein bisschen Könntest du dich mal wieder waschen Genau Alles klar Winkelicht läutet Nee, Stinken ist schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen mehr Wlecker Ich kann den Latch auch abbauen, dann können wir später noch mehr Pfeile machen Weil bis wir die Flinte und so haben... Ich bin überladen, oh toll Ja, ich habe jetzt zwei Kästen noch aufgebaut Also jetzt alles in die Kiste dann schmeißen Ho, 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 ho Vielleicht haben wir das nächste Mal Glück Oh nein Ich habe gerade unnötig Fleisch gefressen Ja toll, herzlichen Glückwunsch Ho, 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 ho Äh, Leder packe ich dann auch rein, ne, ja Ähm Hey, Dori, wenn du mal wieder Dodos brauchst, hier sind genug Okay Okay Tringshot brauch ich auch nicht mehr Oh, jetzt habe ich das schon... Ah Streich, ungeschinkwürdig Was ist das? Rote Kuh Was? Noch einer? Ja 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 Ähm, eigentlich wär's sinnvoll Momentchen Wir könnten die pamen, aber... Wir haben keinen Fist vielleicht Nein, das ist unnötig, noch nicht Was, kann man mit dem fliegen? Ja, kann man Man kann Wasser mit denen laden Die sind halt auch cool, Polymer Ah, im Bett, das ist gut Oh, ich kann meine Steinschleuder nicht reparieren Achso, ich brauche einen Leder Ich muss leider einen Leder-Clone Du Was ich gerade reingepackt habe Ich baue mal ein bisschen Flint ab Baut am besten alle mal ein bisschen Flint ab Oh, ich kann ja auch noch leveln Achja, Dory, äh, zu deiner Frage wegen... Weil ich so schnell gelabelt habe Ich hab, äh, Narkotiks von Wissen was gemacht und dadurch Ah Gelevelt Ja, es gibt so einige Sachen, die geben viel EXP Andere Sachen wiederum nicht Aber später werden wir uns sowieso leveln müssen, wenn... Während wir killen, also... Da wirst du für Sachen eigentlich fast gar nichts mehr bekommen Hier ist irgendwo... Hier ist ein Dodo Ah, geil Level 36 Ist eigentlich nicht neben den Obelisten irgendwie dort in dem Bereich... Äh, mit was baue ich Leder ab? Mit der Hacke oder mit der Axt? Ich glaube, das ist der Obelisk am Berg oben Ja, okay, dann halt... Das ist leider der Rote Das ist der Rote, da findest du leider nichts Ah, okay Und dort auch rein zu gehen ist lebensmüde Ach, hier ist ein Affe Hey, wieso lebensmüde? Weil, äh, da der Wald ist, wo, ähm... Ja So, ich würd' sagen, das weiter, oder? Und jetzt noch ein bisschen Metallfarm und dann, äh, haben wir genug Ich bin noch den Parasaurus hier dritten Oh, ich bin 3 ist 31 jetzt Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal Warte mal, warte mal Warte mal, warte mal Warte mal, warte mal Der Pelagones, ist der gefährlich, wenn ich den jetzt anschlage? Äh, 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 Lapid, ich glaub 120, das schaffen wir eher nicht Na, okay Oh, hier ist auch, der Affe ist auch 120, krasser Scheiß Äh, ne, der Affe greift sich nicht an, der rennt weg Okay Ich muss ihn füttern, damit, äh, ihr gehorcht, beziehungsweise getampelt Ne, ich will den ja eigentlich, äh, tot machen So, ich hab ein bisschen Leder gesammelt Ich pack mal das verdammene Fleisch mit in die Kiste So, ich weiß, wo wir, ähm, alle holen können So weit weg von zu Hause Oh, nicht im Schneegebiet, oder? Doch, leider Äh, wir, wir werden da frieren Nein Ey, wir werden nicht lange bleiben Das sind auch nicht mehr da Schirme Die ganzen Wölfe Ja, genau Wir werden aber nicht lange bleiben, Leute Wir müssen auch nicht ganz in das Schneegebiet, weil Anfang da ist, äh, in dem Wald da drinne, ähm, auch Metall spawns bisher Warte mal, äh, ich mach mal ganz kurz mein Testament Äh, wir haben nur ein Bett hier, ja Panorama-Ausblick hier vorne Ich bin der Käpt'n Ich sage, wo es hingeht Achja, äh, ich würde vielleicht nicht, oh, wir wollen das jetzt quetzeln Äh, Nuri, ich würde jetzt nicht aufstehen, weil es kann sein, dass du dann runterflickst vom Boot Okay Ich hab da auch nicht unbedingt vor Äh, ich weiß nicht, wer ist denn hier der Notar, der das zur Kenntnis nimmt? Ähm, ich nicht Okay, äh, ja, äh, Gertrude bekommt alles Und übrigens, du fährst hier eine Sackgasse Ja, ich weiß, dass es eine Sackgasse ist Aber das macht nichts Weil wir hier halten werden Okay Okay Jetzt müssen wir einfach nur noch diesen Aufgang hoch und dann müssten wir auf Metall stoßen Sobald Ein Dodo! Darf ich den töten? Äh, pass auf, rechts von euch ist ein Silo Oh, stimmt Okay, Leute, seht ihr etwas Großes, rennt Ja, ich sehe etwas Großes, wenn ich runter schaue Alter, der hat mich an Meine Stoffhose ist kaputt Seugt ihr mir noch her, ne? Nein Wir haben erstmal Meine Hose ist kaputt Ja, jetzt habe ich scheinbar keine Hose mehr an Ja, ich habe keine Hose mehr an Äh, Dori, läufst du mir nach? Ja, aber du bist zu schnell Ach, okay Äh, was ist mit mir los? Ich habe rotes Bild Hä? Hä, wo bist du hin? Ich stecke hier, werden zwischen zwei Bäumen fest Ich bin bereit dafür Dori, wo bist du? Ähm, ich bin hinter dir, aber warum habe ich rotes Bild? Mein, mein Pluszeichen ist so weiß Was mache ich denn jetzt? Also dieses, dieser Pfeil nach oben mit dem Plus ist weiß Warte, äh, nicht abbauen, ja? Ist es komplett, ist es voll? Ja, ich versuch Fast Ja, dann ist es egal Ach, dann, 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 äh, kommst du leben zurück Okay, mach du den mal, ich baue mal ab Ich habe einen gebrochenen Da oben sind sie hier Ich, äh, ich kann nicht rennen, ich kann nicht rennen, hier ist irgendwas Ha, 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 tauche Ich kann nicht rennen, was ist mit mir los? Oh mein Gott, was ist mit mir los? Oh mein Gott, was ist mit mir los? Ich bin von euch, ich bin von euch! Habt ihr Bohnen, habt ihr Bohnen? Warte Nee Hier ist noch ein Insekt, ich gehe mal Hier ist noch irgendwas Oh Gott, ich bin tot Ich, ich sterbe gerade Oh nein, mich hat unter so ein Oh, ich bin tot, was? Äh, da, wir haben ein Bett am, äh, äh, am Dings Kannst du das Bett ausgehen Was kann ich, ich kann da jetzt die, das Bett anklicken und Dann auf Respawn am Bett drücken, genau Ja, dann machen wir den Rappt, oder? Ja, warte, ich, Polar, der ist Achso, äh, äh So, ich bin wieder da Der ist weggelaufen Jetzt muss ich nur noch bis dahin überleben Oh nein, hier läuft so ein kleines Viech rum Kann mich vielleicht einer eskortieren? Ich hab nämlich, ich hab nämlich gar nichts Bitte helft mir Aber was killt euch denn? Ist das ein Rappt, oder nicht? Nein Oh, hier laufen viele kleine Viecher rum Ich hab einen Rappt getötet Äh, hier ist ein, was ist das für ein Viech? Tapajara, das ist hier gerade weggeflogen Ja, der ist peaceful Äh, okay Ja So, jetzt erstmal zu Dori runter Ja, einer müsste bei meiner Tasche stehen bleiben, oder so Dass wir die wiederfinden Ich weiß nicht, wo deine Tasche ist Ich suche sie gerade Ich bin bei deiner Tasche Aber würde dann noch einer hier bei mir Also, Taurus und Rie Ja, also zwei am besten aufteilen Aber hier sind halt so viele kleine Und ich weiß nicht, ob die angreifen Ich hab nichts Hab ich irgendwas? Nee, ich hab gar nichts Ich bin schon wieder nackig Toll Leuchttest du den Aufgang hoch? Nee, hier unten sind ja schon welche am Strand rumgelaufen Aber jetzt sehe ich sogar Ich kann sie aber laufen einfach Komm Na, guck, neben dir ist eine Ja, der töte ich jetzt Wo muss ich denn jetzt lang? Einfach geradeaus Ich hab oben auf den Berg geguckt, Leute Anscheinend hab ich mich geirrt Ähm, wo, wo denn? Ich glaub aber auch, dass hier irgendwo ein Wo seid ihr denn jetzt? Also Dori sehe ich, aber wo sind die anderen beiden? Hä? Wo seid ihr denn? Was ist denn das hier für ein Viech? Wir sind noch ein bisschen unten Wir sind bei deiner Tasche Ach, da oben seid ihr Alter So, wo ist meine Tasche? Hier irgendwo Da, wo ich ihn gucke Hier Da bei Craig, genau Äh, da kann ich jetzt Einfach E drücken Und dann Take All Also, äh Okay, oh Gott Anziehen musst du dich, Manuel Na ja Moment, ich muss hier erstmal irgendwo hoch Bevor hier gleich noch was kommt Okay, Leute Anscheinend hab ich ge-failed Irgendwie ist hier ge-failed Alter, ich guck mal kurz Epic-fail Ich brauch Fasern, toll Oh Mann, wir, wir, wir brauchen Tiger, äh, Tigerente Tigerente? Achso Ja, mit seinem Damit er sammelt, na Ja, genau Nur deswegen Er braucht mitspielen Er braucht eine Soundboard Also, du brauchst nur das Soundboard Das Problem, die ich bei mir ist Wenn ich das Soundboard benutze Dann stürzt bei dir alles um dir Danach Danach war das immer so, dass ich dann Äh, was hat dir gesagt? Wie eine Kettensäge? Hat dich das angehört, oder? Äh, wie so eine Kaffermaschine Die Ne, so ein Teekessel, der Pfeift Ähm Das ist nicht heute Das war aber anders Wie so eine Kaffermaschine, glaube ich Ja, keine Kaffermaschine Das war immer, nachdem ich den benutzt habe Dann muss ich das, äh, TS neu starten Und das ist während der Ark ein bisschen problematisch Okay, Leute, auf der Seite ist kein Metall Ne Was machen wir? Zurück zum Schiff Äh, Bäume farmen zum Schiff Und dann Jetzt rennt der Lapid-Una weg Ja Ja Ja, Kress gerade zu uns gekommen Ja, dann lass wieder runter Wie, wieder runter? Darüben ist Koko Oder was ist das? Das ist ein Pfarrer Ne, 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 das ist kein Pfarrer Irgendwas mit einem sehr langen Schwanz Aber was ist das? Ich kenne das hier, glaube ich, noch nicht Äh, wo seid ihr denn? Äh, ich bin hier oben am Berg Kommt ihr nicht runter? Komm mal nach, Berg, Herr Dori, lauf mal nicht darüber Wo soll ich denn jetzt hin? Wie ist das? Ihr müsst mir auch schon sagen, wo ich hin soll Äh Ich hab vorhin einen Diplo gesehen Diplosaurus Ach doch, da hinten war ein Diplosaurus Hä? Dipl, Diplosaurus, was? Dori, wo bist du? Ich bin hier hinter dir Auf Mach Dann komm mal mit runter Weil, nee, nicht Sonst nicht, dass du dich verläufst Ja Ah, ich seh schon Ja, deswegen ja Ja, nee, ich seh, ich weiß ja, wo ich bin Das ist der sogenannte Bus Weil, äh Bei dem kannst du so einen Zehnersitz drauf Äh, Zehnersitz-Sattel drauf Echt? Mhm Dann kannst du mit deinem ganzen Tribe damit rumfahren hier Einzige, was ich Kenne, äh Achso, das ist, glaube ich, eh der, den ich gemeint habe Einzige, was ich noch kenne, ist dieser Dreier-Sattel Dann kannst du da sehen Äh, Gally Und die Gentlemen, an der rechten Seite haben wir den roten Ark Den was? Wo? Ah, Alter Oh nein Nein Das waren diese Insektenviechers